Findest du Contractors genauso gut wie wir? Hast du vielleicht sogar Lust mit uns in der Klosbeta zu zocken, aber leider noch kein Key? Dann bist du hier genau richtig, denn ich verrate dir jetzt, wie du einen Beta-Key bekommen kannst. Scheune einfach dem Discord der deutschen VR-Gemeinde und schreibe Firin oder mich an. Dann erhältst du deinen Key. Voraussetzung dafür ist, dass du ein VR-Headset besitzt, mindestens 18 Jahre alt bist und Bock hast in einer Community zu zocken. Alle wichtigen Infos und den Link zum Discord findest du in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf dich! Untertitelung des ZDF, 2020